der so 1.800 Spiele auf Steam hat, dann kann man auch mal ein paar witzige Sachen so machen. 500 oder 600, das übertreibt mich. Na, ich hab 125, aber jetzt müsst ihr alle in den Chat schreiben, was ihr so an Spielen habt. Nur auf Steam, ich will nur Steam wissen. Ist mir egal, was ihr alles da zu Hause habt. Ich wollte es auch nur noch mal betonen, weil manchmal muss man ja das Selbstbewusstsein bestärken, indem man noch mal die Komplimente wiederholt. Es ist immer auch so diese Sache von Frauen von wegen, hey, findest du nicht, dass ich dick geworden bin? Dann, wer antwortet da bitte trocken so mit? Ja, find ich. Du kannst da nur verlieren. Genauso wie bei der Frage, sehe ich in dem Kleid dick aus. Entweder sagst du nein und du bist ein Lügner oder du sagst ja und bist ein Arschloch. Eigentlich, die beste Antwort auf sowas ist immer ablenken, so. Kannst du mir mal meine Schuhe reichen? Oder so. So, hey, das ist nicht. Die Schuhe, die Schuhe, hallo. Also bei der Frage kannst du nur verlieren. Ich hab mir heute gedacht, dass ich eventuell für dich mal kochen will. Einfach um der Frage zu hingehen, so. Wobei, nee, nicht kochen. Sagen wir, ja, das wird nicht sein. Evil Crank, wie gesagt, bei mir im Chat ist leider relativ wenig los. Du siehst es ja, du bist der Einzige, der dort schreibt. Wenn du, ich sag mal, mehr Unterhaltung haben willst, musst du in den Chat von Java gehen. Einfach Java, wenn man bei Twitch slasht. Genau, ja, oder bei, ich weiß nicht, ob du über Dings vielleicht sogar guckst, über Multi-Twitch, da kannst du einfach auf Java umschalten, oben rechts sind Reiter. Ja. Du kannst auch einfach sein Chat pop outen und trotzdem bei mir den Stream weiter gucken oder so. Da ist alles möglich, daher. Aber bei ihm ist halt deutlich mehr los. Ja, aber darf ich dein Bein lecken? Aber die Frage höre ich viel zu oft. Ey, langsam reicht es mir mit der Frage. Jeder will mal mein fucking Bein lecken. Curry ist gerade der Einzige, der darf. Im Chat ist deutlich mehr los bei Java. Außerdem wird Java mit W in V geschrieben. Echt mal. Also, nee, je nachdem, was er gerade meint. Vielleicht meint er es die Programmiersprache. Stimmt. Moritz hat mich gerade krass aufgeklärt. Danke. So, sie fragt, so, jetzt sehe ich an dem Kleid dick aus. Oh, ich will für dich kochen. Ich will dich eigentlich messen. Ich will, dass die Speckräuche so richtig schön nimmt. Wie bei Melka mittendrin, ne? Wie heißt das denn? Corsage, genau. So richtig so da. Ich kenne das, wenn man das so anhat und so eine Frau und dann gehen so diese Fettpolster schon so um. Im Geisten sind ja immer die Frauen, die die so fett sehen, dass wir sogar schon hinten Brüste haben. Jetzt, jetzt, jetzt reicht aber, dass jetzt die Grenze erreicht. Wir ditten auf einmal. Yay. Ich glaube, ich habe immer noch ein bisschen zu viel Decke die ganze Zeit in der Webcam, ne? Wir können ja mal, wir können ja mit mich dann, dann kann man auch sehen, wie sich der ganze Dance-Roof auf meinen Körper erstreckt. So, der geht ja, der geht ja von der Hüfte. Wollen wir jetzt eigentlich noch irgendwas zocken oder willst du da jetzt nur noch die Leute betören? Ne, ich spiele gerade Just Dance, aber krieg's halt nicht mit. Aber ohne Spiel. Ich bin voll special, ich habe dir ein Bild von Jaras Bein Glückwunsch. Ja, was? Was? Wieso Jaras? Was? Stimmt, du hast ein Bild von meinem Bein. Fuck, ich erinnere mich. Ich weiß noch nicht mehr, warum. Aber ich hatte dir irgendwann mal ein Bild von meinem Bein geschickt. Ja, nicht wie in nur Java. Das war nicht gerichtet, Ebel. Nicht wie in nur Java. Ja, na, du darfst dir Lisa, aber dafür muss dir Lisa einen krassen Wunsch erfüllen und das öffentlich teilen. Und es muss was krass perverses sein. Aber dann darfst du dir auch mein Beinbild schicken. Unter Umständen. Je nachdem, wie Dina-mäßig sie so bei dir ist. Dancing Queen. Die gehen immer voll drauf ab, wenn ich meine krassen Dance Skills auspack. Weil sie alle wissen, dass ich eigentlich so voll der Partygänger bin, der so dreimal die Woche immer die Clubs so unsicher macht. Jetzt habe ich gerade mir, das war Janna im anderen Chat. Darum sage ich, du sollst in den anderen Chat gehen. Ich habe kein Bild von Javas Bein. Ich habe da nur vorgelesen gerade. Ich will auch kein Bild von deinem Bein. Jeder hat vergessen, warum ich dieses Beinbild. Aber ich kann euch ja. Ist so Plot Twist. Ich habe gar keine Beine. War mich jemals jemand stehen sehen? Ich glaube nicht. Wohin doch. Da wird mir jetzt zu pornös langsam. Guck bitte nicht in meinen Chat. Ja, du darfst es der Lisa schicken. Was? Komplott in meinem Chat. Ja, lass jetzt noch mal irgendwas, irgendwo, worauf habe ich gerade noch Lust. Irgendwo, Ich gehe gerade mit der Steam-Liste durch. Das erste, was ich sehe, un-epic. Nochmal eine Runde, un-epic dauert ja gar nicht lang. Am besten das Level mit den Steinen, die runterkommen, wenn man diesen Hebel da betätigt. Hm. Wir können doch ab. Es gab immer noch bei un-epic gab es immer noch so diese Multiplayer-Indien-Sachen. Die haben wir echt nie gezockt, ne? Du meinst diese Gegeneinander, oder was? Ja, genau. Da gab es ja was. Boah, Alter. Ich glaube, ich habe das Spiel nicht mal mehr drauf. Da könnte man theoretisch echt zocken, so. Das wäre, glaube ich, ganz witzig. Warte mal kurz. Un-epic. Ne, ich habe das Spiel nicht mal mehr drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich mal den Charakter, hat man behalten, ne? Boah, aber ich glaube, das ist eine blöde Idee, wenn wir jetzt un-epic spielen, Alter. Warum? Weil das Spiel krank ist. Ja, aber es ist eine Werbung, weil morgen kommt wieder das nächste un-epic-Video auf meinem Kanal. Da könnt ihr alle reinschauen. Das vorletzte mit... Ne, doch, das vorletzte mit muss das sein. Ja. Sexy bye, ne? Danke. Aber cool, egal wie oft du noch fragst, heute nicht mehr. Ich würde sagen, wirklich am Anfang den Typen zu timeouten. Ich würde sagen, Mittwoch oder Donnerstag werde ich auf jeden Fall noch mal streamen. Dann vielleicht. Weiß ich noch nicht. Ja, nette Twitter fast geschlossen. Ist quasi sowas wie Suizid. Und ja, Moritz, es könnte sein mit dem Fußporno. Bleib lieber wach, sonst verpasst du den. Zacken war's jetzt? Oder? Dings oder was? Un-epic oder was? Mhm. Warum schreibst du mir Gaylord bei Steam? Das kann übrigens keiner sehen. Ich weiß, aber doch, du kannst das sehen, das reicht mir. An, muss ich mal gucken, wie lange ich brauche, um es runterzuladen. War das groß? 30 Stunden Spielzeit und wir haben's nur Let's Played, Alter. Ich hab nur 29. Wie ekelhaft das ist, Alter. 30 Stunden Spielzeit und wir haben's nur Let's Played. Und 9Evil, die Qualität des Streams kann man nicht ändern. Weder bei mir noch bei Java oder sonst irgendjemanden, der nicht Twitch-Partner ist. Das kann man nur bei Twitch-Partnern ändern, die Qualität. Jetzt fragt der Urtor, äh, Urta, genau, der Arthur. Er hat nur die Vokale vertauscht. Ähm, auch noch, ob meine Beine rasiert sind. Das sind so Informationen, die geb ich nicht einfach so weiter. Geht doch einfach hin und streichelt ihn einfach mal über das Bein, dann spürt ihr's doch. Ja, echt, man kommt mich besuchen. Also, ich wohne, ja. Ähm, ich sag mal, je nachdem, ob ich eine Freundin hab oder nicht, weiß nicht mal die das, ob meine Beine rasiert sind. Ich, ich zeig die Beine nicht. Ich zeig die Beine nicht. Tabu-Zone, auch nicht beim Schwimmen. Ich hab mal so einen Ganzkörperanzug an. Selbst beim Sex zieh ich mir Strumpfhosen und mach voll in ein Loch rein, damit man das nicht genau sieht. Lisa so, Mittwoch muss ich hart arbeiten, da darfst du nicht streamen. Wieder ein paar Bäume fällen, obwohl in einem Jahr da war ich als Föllerin. Lisa, du hast noch den Job als, ähm, Kohle-Bergarbeiterin offen. Und welcome back, René. Wir werden jetzt noch ein bisschen anerpickt Multiplayer zocken, je nachdem, wie lange Curry noch braucht. Ich kann euch das Spiel aber schon mal aufmachen. Der muss doch downloaden. Jetzt wird mir hier wieder ein Körper angeboten, im, im, im Chat. Aber da kann ich leider nur ablehnen. Ja, aber es gibt Infos nur wegen sexuelle Dienste. Hab ich versucht, klappt nicht. Du hast den ganzen Trommeln, Herr. Okay. Wehe, ich hab mein Schar nicht, dann streike ich, aber dann spiel ich. Du hast doch so viel mit so'n OP-Schar. Warum will ich denn überhaupt mit dir das machen? Das machen. Hab ich gar nicht. So, hier steht, ich soll das neu starten wegen Fenstermodus. Alter, warum bin ich nur wiedergekommen? Diese Themen. Ich kann wieder drei Nächte nicht schlafen. Bei Neoprenanzügen, ohne Witz. Einmal, als ich in Italien raften war, ne? Dieser Anzug, er war so geil, weil, man war in so'n Fluss, der so richtig eiskalt war und man hatte nur die Hände draußen, hat den Kopf und diese Hände sind einfach abgestorben und dieser Anzug hat einfach alles so warm gehalten. Das war so geil. Ja, bitte, Jana, mal mich mal in Strumpfhose, wenn du die Vorstellung so gut findest. Moritz hat auch direkt ein Kopfkino. Eigentlich wollte ich euch das allen gar nicht so in den Kopf setzen. Lädst du da ein, oder was? David, das Spiel vielleicht vorher auch mal starten und alles einstellen und so. Machst du jetzt mal, oder? Ich bin zwar der Typ, der immer fünf Jahre braucht, aber machst du jetzt mal? Ach, warte mal. Wir können ja erstmal ein normales Todesspiel machen, da kann man, dann gibt's noch Rennen und Eroberung, also so Capture so Fleck mäßig und einfach... Erstmal Gruppe erstellen, private Gruppe. Dann muss ich dich doch erstmal hier einladen. Ähm, Datjava-Frau da oben haben wir gesagt. Ja, 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 ja. Dann Spiel erstellen. Ach, halt, ich muss ja erstmal, hab ich voll vergessen. Ich hab das noch gar nicht aktualisiert. Seit jedem Spiel bis zum Tode es verliert das Team, das öfter stirbt. Charakter wird nicht gespeichert. Ähm, ja, ich hab sogar mein Curry noch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich find immer noch, das, also unser Epic Let's Play, das geilste Let's Play auf meinem Kanal. Also das hat einfach alles. Einschauen? Ja, am besten in die Ausschnitte von Java reinschauen. Wenn es euch gefällt, das Let's Play anschauen. Das findet ihr dann bei mir auf dem Kanal. Ja, war nur Ausschnitte gemacht. Äh... Das sind halt die Videos, die auch grad noch aktuell relativ kommen. Kampf über der Lava oder tödliche Fallen? Welche Map möchtest du? Boah, eigentlich keine, wenn ich das so höre. Hab ich jetzt, hab ich jetzt mein Charakter oder muss ich den gleich erst noch auswählen? Ich weiß es nicht. Aber welchen Map möchtest du jetzt? Äh, Lava. Okay. Kampf über der Lava. Oh, sogar mit Vorlesen. Du musst vorlesen. Ach, ich muss erst mal spielen. Ah, jetzt kann ich, ah, hier. Der Charakter, das ist übrigens der aus dem Let's Play. Hier ist so nackt da. Noch so einer und das ist halt der hier. Gespielt 26 Stunden, vier Minuten für einen fucking Charakter. Das sieht aber auch krass aus. Äh, warte, ich muss ja mal ganz kurz noch in den Chat. Ah ja, stimmt. Und so ging es halt immer los. Wo ihr gerade so energiegeladen seid, schicke ich euch in die Arena. Ein Todespiel? Cool. Richtige Curryantwort. Ihr bildet zwei Teams. Wenn ihr beginnt, entscheidet ihr euch für das Tor des blauen oder des roten Teams. Weil wir auch so viele sind, ne? Das Team, das öfter stirbt, verliert. Hi, Miss Strawberry LP. Ich will kurz schauern gucken, ne? Ja, ich auch. Ich auch. Ich hab gar keine Ahnung mehr. Äh. Aber er hat doch noch was anderes an, oder? Nee, der, man sieht sogar den Pimmel von dem Menschen hier, wenn man seine Rüssel noch aussieht. Haben wir neulich mal festgestellt. Was heißt neulich? Aber ich hab's neulich geschnitten. Und gegeneinander belegt haben wir uns auch noch. Äh, ich blau, doch rot, oder? Hast du bestimmte Vorlieben? Ich will noch hier gerade kurz ausprobieren. Ach, ich muss R1 und dann kann ich Ah. Wie hab ich's angeguckt? Hä? Du hast mir schon oft genug damit gegrillt. Davon ist mal abgesehen. Hast du einen geileren Bogen als ich? Natürlich. Obwohl, irgendwie sieht meiner geiler aus, oder? Ja. Meiner ist immer geiler. Meiner sieht geiler. Meiner, ja. Das ist schön, dass du mal reinschauen wolltest. Ich freu mich immer drüber. Ja, ich bin rot. Wie immer drückt man die Tür. Okay, ich geh rein. Wie denn? Was zur Hölle? Wie denn? Äh, Enter bei mir, aber ich bin mit der Tür. Was zur... Oh fuck. Schriftrolle exklusiv. Ne, ich spiel gerade mit Gamepad, aber ich weiß gar nicht, ob das so cool wäre. Hör. Okay. Fighten war jetzt direkt, oder was? Aua, Aua. Ah. Ah. Fuck, ey, hallo, du tötest dich vor, ich hab dich noch ganz... Danke. Hallo, hör auf, hör auf, hör auf, ich bin so langsam. Nach Lockermär. Ah, fuck. Ah. Ah, fuck. Das war dein erster Treffer. Oh, oh Gott, ich sterbe, ich sterbe. Ah, 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 ah. Nein, 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 nicht. Man kann mich nicht mehr umgehen. Oh, fuck. Vergessen. Hier, nimm die Kerze. Wir zocken gerade anäffig. Anäffig. Eins der geilsten Spiele, die ich je gespielt hab, ganz ehrlich. 2-0. Ich hab in den Chat geguckt und bin runtergelaufen. Ich hab eins pro von Natur, man merkt's. Ach, warte mal, ich kann mich ja heilen. Oh, what the fuck, wie wenig heil ich? Besser. So, warte, das riecht mal einmal. Ah, okay. Die haben wir jetzt hier gerade davor gehabt, ja gesehen, getriegt. Aber ich sag mal nicht zu viel, sonst kriegt der Curry das ja alles mit. Okay.